optionsscheine bei trade republic handeln hallo und herzlich willkommen zu diesem video in welchem ich dir zeige wie man eben optionsscheine bei trade republic handelt es geht hier um call und putt also um kaufs und verkaufsoptionsscheine ich möchte noch mal dazu verweisen dass ich in dem letzten video bereits optionen und optionsscheine dir versucht habe so genau als möglich zu erklären und in diesem video soll es darum gehen wie man ihm praktisch bei trade republic optionsscheine kaufen kann und wie gesagt ich zeige dir auch zwei beispiele wie du das ganze durchführen kannst ich bin hier in meinem trade republic depot ganz kurz noch mal der hinweis von meiner seite aus ich kann dir das produktoptionsscheine hier nicht hundertprozentig erklären und nicht hundertprozentig zeigen und es ist auch keine anlageempfehlung das ist einfach eine zufällige auswahl die ich hier einfach treffen möchte zunächst einmal möchte ich mir hier gern einen basiswert aussuchen wir versuchen jetzt erstmal eine kaufsoption also eine call option anzuwenden beziehungsweise zu kaufen und ich überlege mir welcher wert in meinem depot ist verhältnismäßig zukunft sicher und wird definitiv steigen ich nehme hier einfach mal die twitter aktie die twitter aktie ist aktuell bei 25 euro 56 die börse hat ja gerade noch geöffnet deswegen verändert sich das auch immer mal wieder und wenn ich jetzt oben rechts auf diese drei punkte klicke dann kann ich hier mir derivate auswählen und anzeigen lassen und als derivat möchte ich jetzt mal optionsscheine wählen ganz oben sich den basiswert das ist hier twitter und ich kann hier call und put optionen auswählen call option ist ja eine kaufoption das heißt ich möchte die twitter aktie zu einem bestimmten zeitpunkt unten rechts siehst du hier die laufzeiten ich lese machen um vor zum beispiel die option läuft bis zum 17 6 2020 die nächste läuft bis zum 19 1 2022 das heißt ich halte mir das recht vor die twitter aktie zu einem bestimmten kurs zu kaufen das delta gibt es ein teil des bezugsverhältnisses das gibt quasi an wenn ich denn eine aktie abdecke wie stark sich dieser optionsschein im vergleich zur aktie verhält nämlich zum beispiel oben das delta von 0,72 und ich hätte eine aktie abgedeckt würde die aktie zum beispiel in 1 euro steigen würden meine optionsscheine um 72 cent steigen das besagt dieses delta wir sind ja aktuell bei ich gehe noch mal ganz kurz zurück bei 25 euro 56 hier nochmal durch auf derivate der optionsschein und call optionsschein und wir sind jetzt dass dieses bezugsverhältnis in dollar dargestellt ist wir nehmen einfach mal 25 dollar je näher der optionsschein an dem aktuellen wert ist und vielleicht sogar negativ ist desto günstiger ist auch der optionsschein von der reinen bewertung her wir also ich wähle mir jetzt aus prinzip her mal da wir ungefähr in dieser ecke sind ein optionsschein zu einem kaufpreis von 25 dollar aus das sind die oberen vier optionsscheine und du siehst wie lange diese laufen ich nehme jetzt mal so eine mittlere laufzeit von etwa einem jahr da wäre ich hier ganz unten bei dem optionsschein mit einem delta von 0,7 der bis zum 16 6 20 21 läuft den wähle ich mir jetzt auch noch mal aus das heißt der optionsschein verhält sich auch in etwa so wie sich die aktie aktuell verhält und so ungefähr dürfte auch der chart der kursverlauf der twitter aktie gelaufen sein so oder zumindest ähnlich ganz ganz wichtig ist die us-börsen haben jetzt derzeit noch nicht offen du kannst oben bei den kennzahlen bitte und es also angebote nachfrage sehen dass es jedoch einen relativ hohen unterschied gibt darauf musst du auf jeden fall immer achten du siehst hier um noch mal den basispreis du siehst das delta und unten siehst du auch noch mal den wert des aktuellen basis wert wie siehst du noch mal genau das produkt um welches es sich handelt mit easing und wkn und so weiter und ganz ganz wichtig ist das bezugsverhältnis hier haben wir ein bezugsverhältnis von 0,1 ich versuche es einfach nur so gut es geht zu beschreiben das ist quasi ein zehntel also zehn prozent einer twitter aktie das ist das bezugsverhältnis und das delta beschreibt ja diese 0,7 dort oben dass wenn die aktie um 1 euro steigt dass dieser optionsschein in etwa um 70 cent steigt das heißt da ich ja ein zehntel abgedeckt habe würde wenn die twitter aktie um 1 euro steigt dieser optionsschein um etwa 7 cent also um 0,07 steigen oder so um ein zehntel von diesem delta eben was auch noch ganz ganz wichtig ist angebot und nachfrage bestimmt auch hier ein wenig den preis des optionsscheins und dann ist noch ganz wichtig du siehst hier unten wann der einlösungstermin ist das ist der 16.06.2021 das heißt das ist noch über ein jahr hin das heißt auch dass sich dieses verhältnis was ich dir gerade erklärt habe aktuell nicht 1 zu 1 im optionsschein widerspiegelt da ja dieser wert erst in der zukunft eingelöst wird das spielt also alles damit rein in was ein verhältnis du optionsscheine kaufen kannst und wie stark diese veränderung in bezug zum basiswert sind also ich gehe jetzt einfach die wette ein um dir das mal zu beschreiben in einem satz dass die twitter aktie am 16 6 2021 möglichst viel mehr wert ist der kurs wesentlich höher ist als 25 dollar umso höher die differenz zwischen dem zukünftigen aktien wert der twitter aktie und diesem basispreis desto höher wird auch der wert insbesondere je näher ich an diesem stichtag eben komme meines optionsscheins und ich möchte jetzt zum beispiel diesen optionsschein das verhältnis von ungefähr 10 twitter aktien abdecken das heißt ich gehe hier auf kaufen und da wir ja ein verhältnis von 1 zu 10 haben wären zehn optionsscheine im verhältnis halt in etwa so viel wie eine twitter aktie und ich möchte 10 twitter aktien hier in etwa abdecken das heißt ich müsste hier von 100 optionsscheine kaufen zu einem aktuellen kurs von 75 cent das wären insgesamt 75 euro ich kann hier natürlich auch und das ist häufig auch empfehlenswert eine limit order hinterlegen und hier kann ich sagen ich will nicht zu 75 cent kaufen sondern zu 73 cent um dieses data möglichst klein zu halten also jetzt meine ich gerade mit delta also diesen verhältnis dieses verhältnis zwischen angebot und nachfrage um da nicht auch noch verluste einzugehen und ganz oft ist es auch so dass die lücke zwischen angebot und nachfrage häufig durchaus 10 prozent sein können und das bedeutet dass dein optionsschein erst mal 10 prozent gewinnen muss damit du plus minus 0 euro erst mal da raus kommst darauf auf jeden fall auf auch achten jetzt klicke ich hier auf den blauen pfeil auf weiter und jetzt könnte ich diese order ausführen beziehungsweise aufgeben hier hast du natürlich noch ein basis informationsblatt das solltest du dir auf jeden fall auch wenn du das noch nie gehandelt hast durchlesen und die kosteninformationen sind natürlich auch immer verhältnismäßig wichtig und hier kannst du halt auch einfach sehen dass die fremdkostenpauschale 1 euro beträgt aber die produktkosten 2 euro betragen und beim verkaufen also insgesamt 3 euro sind die kaufkosten und die verkaufskosten betragen auch wieder drei euro also damit hast du schon höhere kosten im vergleich zu einer aktie nicht desto trotz kann ich hier ungefähr den wert von zehn aktien ungefähr widerspiegeln und das nur mit einem kapitaleinsatz von 73 bzw 75 euro im vergleich dazu wenn ich zehn twitter aktien kaufen würde müsste ich mindestens 250 euro einsetzen habe aber auch die sicherheit wenn am stichtag wann dieser optionsschein ausläuft also im juni 20 21 die tesla aktie unter 25 euro ist dann ist dieser optionsschein quasi wertlos weil wer würde diesen dann schon kaufen und wenn ich aber twitter aktien hätte dann könnte ich einfach so lange warten bis die twitter aktie die zum beispiel zu diesem zeitpunkt 23 euro wert ist dann würde ich einfach warten bis diese twitter aktie wieder mehr als 25 euro beziehungsweise in diesem fall halt 25 dollar wert wäre das ist wirklich noch mal ganz kurz erwähnt der vorteil zu einer aktie im vergleich zu einer call option ja und bei einer call option hätte ich zum beispiel bei einem preis von 23 dollar einen totalverlust so das war beispiel nummer eins ich möchte diese diesen twitter optionsschein gar nicht kaufen jetzt versuchen wir das ganze mal mit einer mit einem put optionsschein mit einem verkauf optionsschein durchzuführen wir wählen hier beispielsweise mal den basiswert bayern aus ein aktionär zu bayern mal gesagt das ist eine giftmischer bude von daher könnte man davon ausgehen dass diese aktie in zukunft fallen könnte wir haben aktuell 56 euro 61 ich gehe wieder oben rechts auf diese drei punkte wähle derivate aus und wähle hier optionsscheine aus jetzt klicke ich ganz oben auf put jetzt habe ich wieder also das heißt der basis werden auch der option scheinen die wenn beide in euro gehandelt beziehungsweise auch der bezug des options scheinen ist in euro ich möchte ja auf fallende kurse setzen das heißt der zeitpunkt der mir hier rechts angezeigt wird ist der zeitpunkt zu dem ich mir das recht einräume die bayern aktie zu diesem preis zu verkaufen das bedeutet zu diesem zeitpunkt sollte die aktie so weit wie möglich unter dem basiswert des optionsscheins sein wir im aktuell 56 euro ich gehe davon aus zum beispiel das nächstes jahr die bayern aktie unter 50 euro fällt das ist die wette die ich jetzt in meinem kopf mir vorstelle und die jetzt versuche so günstig wie möglich hier einzulösen das heißt wir können ja auch durchaus dann halt den optionsschein zu einem verkaufspreis von 52 euro wählen und da ich im jahr 2021 von diesem kurs aus gehe kann ich mir ich schiebe den mal jetzt ganz nach oben diesen optionsschein mit einem delta von minus 39 cent ja weil es ja eben eine verkaufsoption ist die noch eine laufzeit bis zum 16 juni 2021 hat den wähle ich jetzt einfach mal aus hier sollte sich eben dieser ganze verlauf wie du hier sehen kannst in diesem chart genau andersrum verhalten wie sich der kurs verlauf der bayern aktie direkt verhält wie gesagt ich setze hier auf einen kurs verlust bei bayern auch hier keine anlageempfehlung nur ein beispiel und hier kannst du sehen dass ich auch wieder eine bezugsverhältnis von 0,1 habe das delta ist hier dann bei minus 0,4 das heißt in diesem fall steigt die bayern aktie um einen euro dann würde ich hier ein optionsschein um 0,04 euro also um 4 cent fallen hätte ich zehn optionsscheine dann würde ich dieses delta im vergleich zu einem euro abdecken das heißt würde die bayern aktie um einen euro steigen dann würde dieser optionsschein oder diese zehn optionsscheine ja dann um 0,4 euro also um 40 cent sinken ja und wir setzen ja auf fallende kurser das heißt würde die bayern aktie um einen euro fallen dann würden zehn optionsscheine hier derzeit um 40 cent steigen ja also zehn optionsscheine 40 cent steigen wenn man sich den wert aktuell anguckt dieses optionsschein dann kannst du dir ausrechnen dass du damit auch große gewinne machen kannst wie du hier zum beispiel auch sehen kannst wenn wir mal angucken du hättest diesen optionsschein zum beispiel am zehnten dritten dieses jahres gekauft und du hättest diesen am 17 dritten dieses jahres verkaufst hättest du durchaus deinen einsatz verdoppeln können das nummer zu diesem verhältnis einfach ich möchte jetzt diese diesen verkaufs optionsschein kaufen ich klicke hier auf kaufen ich möchte wieder zehn bayern aktien abdecken das heißt ich wähle wieder nicht zehn sondern 100 aus weil das bezugsverhältnis ja zehn prozent also 0,1 ist wir gucken uns hier noch mal ganz kurz den aktuellen spread an der liegt bei nur drei cent das ist eigentlich okay das heißt ich würde hier auch einfach eine marktpreis oder ausgeben klicke ich ja auch weiter und wenn ich diesen optionsschein jetzt kaufen würde diese bayern aktie hätte bis zu dem stichtag einen ordentlichen verlust erlitten dann wären diese optionen verhältnismäßig viel wert dieses verhältnis was ich dir auch vorhin schon erklärt habe hat wieder damit zu tun das heißt wie hoch ist mein gewinn oder mein verlust hat auch immer wieder damit zu tun wie weit bin ich von dem zeitpunkt des einlösens meines optionsschein weg und wie ist der aktuelle kurs das heißt wie hoch ist der kurs durch angebot und nachfrage auch hier wieder die kosten hier sind die etwas anders das heißt der kauf würde mir drei euro kosten und der verkauf würde mir zwei euro kosten also allein fünf euro hätte ich bei diesem trade an kosten zu kompensieren damit ich überhaupt in den gewinnbereich komme ich hoffe dass du ganz grob anhand dieses beispiels verstanden hast wie man optionsscheine einsetzen könnte und ich hoffe dass dir dieses video das ein wenig näher bringen konnte wenn du das jetzt immer noch nicht verstanden hast das heißt du hast das letzte video über optionen und über optionsscheine geguckt und auch dieses video geguckt und du hast es immer noch nicht verstanden dann schreibt mir doch mal bitte eine ein kommentar hinterlassen wir einfach ein kommentar dann würde ich das ganze noch mal anhand eines rechenmodells für dich berechnen und das ganze vielleicht versuchen noch etwas transparenter zu machen wenn dir dieses video gefallen hat hinterlassen wir doch ein like und ein abo wie gesagt hinterlassen mir einen kommentar und bis zum nächsten video dann ciao